Ich arbeite bei Neura als 3D-Designer. Ich bin Teil des Mechanikungsdienstes. Unsere Aufgabe ist es, die mechanischen Teilen des Robotens zu kreieren. Um 3D-Modellungen zu machen, um technische Bilder zu machen. Unsere Aufgabe der Konstruktion ist die Entwicklung von patentfähigen, marktfähigen Produkten, die den Standardtechnik übertreffen, mit den modernsten Methoden der Berechnung, wie FM-MKS, Finite Elemente Methode und Mehrgruppe Dynamik, Schwingungstechnik, alle Aspekte versuchen wir zu berücksichtigen. Ja, ich arbeite im Bereich Elektronik. Und jetzt mein Titel in Englisch ist es für Elektronik Development. So die Idee ist, zu finden Lösungen, speziell für Sensoren oder für die Wörter und PCB, including die Roboter. Der Ziel des Department ist, um ein funktionierendes Robot aus dem mechanischen Bereich zu machen. So all die Komponenten müssen zusammenarbeiten. Und ja, das ist unsere Herausforderung. Wir machen etwas Neues. Und wir haben keine Erfahrung für 100 Jahre, um Roboter zu bauen. Und so we, so we, sometimes we have to go a risk-ray. But, um, ja. You just have to try it and you just have to do it. So I recently joined the Department of Mechanical Development as a 3D Designer. Well, my everyday job is to, on the one hand side, improve the existing products, make them better from the mechanical side, and also develop new parts, new applications, so we can extend the range of our products. And I really enjoy about a job that is highly complex, and you have to be careful what you change to keep everything working. To create a synergy between the electronics and the group of mechanics, because the idea in the end is try to work together and find solutions that mix mechanical issues and also electrical issues too. The main skill is the technical understanding of the robot and the different parts of it. I enjoy the most that the people around Neura are very motivated. Everybody is driven to help the company succeed, and that's basically the best. Because in the beginning, it's just a draft. It's just an idea, a concept. To see in the reality, you know, makes the concept in reality. This is the thing that I enjoy too much. All right, thank you. Let's discuss. When the favors come from things completely.'" Let's get started. I just enjoyed thinking yes,